Einige Sabine Bruchmeier macht Moderation bzw. Interview die Leute und das Ganze eben für Horizont. Vielen Dank, ein Otti Fischer, da freue ich mich ohne Ende drauf, dreht die Dichte vor, eine Victoria Line singt und das auch für Horizont. Also es wird eine Veranstaltung, wo ich mich einfach noch mehr freue und das Einzige, was jetzt ist, ich habe zu einem Charity-Preis, haben wir gesagt, gibt es eine Flasche Wein für 12 Euro und das Essen ist sowieso, seid sowieso eingeladen, also ich glaube, dass es auch sehr großzügig ist. Ode an den dicken Mimen. Ich habe es im, wenn man das Text hert, aus dem neuen Schauspieler, dem habe ich es gewidmet, da ist das Mann am Schluss, die Mensch hätte, aber ich hätte es für mich geschrieben. Wenn dicke Mimen nicht auf der Bühne stehen und enger ziehenden Riemen, kann man Nahrungsmittel schwinden sehen. Was dicke Mimen leisten, die den Typus Opfer bringen, ein Leben für die Karriere speisten, kein zweiter kann davon ein Liedlein singen. Es ist der dicke Mime ein Abbild dieser Welt, eine der ganz so bliebe Grenzen für das Recht zum Wachstum hält. Wie die Knospe bricht er auf, faustisch pfand der Fantasie und zerfetzt in vollem Lauf des Dramaturgen-Helflings Agonie. Wenn der dicke Mime stirbt, dann weint das Auditorium, er aber nachrumsig erwirbt, als der Menschheit-Purgatorium. Das habe ich als Latein erklärt, das heißt Fegefeuer. Nächte, nächtens, nächtens war er dafür munter. Der Biograf vermerkt es zu Recht beim Saufen, Schiller rauf und runter, abends mehr, textlich nur als Pantomime schlecht. Zu der dicke höchste Klasse und der dünne Leine drunter, der dicke immer packt es mit Masse, der dünne aber ohne Text geht unter. Das ist natürlich schon ein Problem, wenn Sie nichts hören, dass Sie dann hören, ob es aus ist oder ob es so weitergeht. Jetzt der Situation angemessen, ein Gedicht über Schwabing. Wenn längst Verstorbene auferstehen in milder Sonne Hopfenlicht, lässt alter Zeugen Zeitbericht mich durch mein trautes Schwabing gehen. Ferne erscheinen wilde Narren, Revetloff und weiße Feste, dann heimatlose Simpelgäste, die jetzt obdachlos verharren. Die Türkenstraße ist nicht mehr seit Türkenkinos Untergang, den alten Flair zum weichen Zwang, Boutiquen hinter sich zog's her. Platz, wo sanfte Irre wachen, das Bräuhaus einzelnen Künstlerort, Seelosen, Spießer jagens fort, mächtig über Rauch und Lachen. Doch Bitwahn-Mochen war nicht tot, noch verstecktes wilde Geister, alten Schwabings neue Meister, verkünden neues Morgenrot. Entrücktes Denken nicht so glatt, blüht in so manch Artistenstall. Es findet so trotz Schwabings Fall Traumstadt in den Köpfen statt. So, dann werde ich jetzt der Versteigerung noch mit einem Gedicht vorgreifen und dann packen es. Herbst. Kurz die Zeit in letzter Sonne Stundenglas, kühles, klares Licht wie Gold und Himmelblau, so treibt die Kälte gleißend grün ins graue Gras, den Winterschläfer zieht sie in seinen Bau. Vom ersten Schnee riecht nun die Luft, frisst sich als Schattenkälte in die Kleider und Kartoffelfeuern süßer, bitterer Duft schwebt zum Sonnenfrösteln unserer Beiler. Blätter fallen, schmieren tam und ab, Vergänglichkeit fühlt selbst das Kind, denn es ist die Zeit, man pflegt das Grab, uns treibt's in warme Stuben, kälter wird der Wind. Winters will bald Ruhe auf das ganze Land, nur wir sind's dann, die sich noch süchtig treiben, zahm den Krippen ausgeliefert, trotz Verstand, wie wild, geduldig warten, wo die Jäger bleiben. Dankeschön. Bravo! Zum Ersten, zum Zweiten, jetzt hören wir schon noch mal hier, hat noch höheren Geld einstecken, zum Ersten, zum Zweiten, zum, dritt, 300, zum Ersten, zum Zweiten, und das allerletzte Angebot, Frau Hübner, du musst gerne wieder ins Schaum-Hopfen versen, 300 für die Frau Hübner, für ein Kunstwerk von Otti Fischer. Ein Riesenapplaus und als Dankeschön ist frei, 150 Meister, hello, 200, es frei, hey Leute, ich weiß, die Runde war, vier von jedem. Das war's für heute. Vielen Dank.